ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Tag! Betreiben Sie Geräte zum Rundfunkempfang? Hä? Haben Sie einen Fernseher? Ja, das habe ich nicht gesagt, mit bei Ihnen Wurst Ja, müssen wir auch meinen, gell? Warum? Weil das Vorschrift ist, Tutillo! ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Der Harko-Beer! Patate! Sehr salter! Wie ist denn das? Erst was ist das? Zieg dich wieder aus, aber runke zucke! Ich habe keinen Fernseher! Lassen Sie mich mal schauen! Das ist meine Privatgräuze, beginnende Besitzstörung! Herr Bums, Sie müssen Ihren Fernseher anmelden! Ich habe keinen Fernseher, ehrlich! Dann werden wir gleich sehen! Die schlechte Gernknüter! Halt! Hallo, du kleiner Schnuckl! Bitteschön! 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 Tag! Tag! Gießkontrolle! Ihr Fernsehgerät ist nicht angemeldet! Hä? . . Oh, 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 oh! Oh weh, alles ist so mühsam Hallo, ich bin's Dein Fernseher Dein Fernseher ist für dich da, sei du auch da für ihn Volt, stehenbleiben Bleib stehen, du Kisten Fernseher ist zum anderen da Zum anderen Ich brauche ja nichts Ab dich Ja, der Helmi hat's nicht leicht Aber es geht immer irgendwie weiter im Leben Und wie es dem Helmi und seinen Freunden in Meidling ergeht Nun, das siehst du jeden Abend in Palinovac in Kravuzzi Kapuzzi Strengstes Jugendverbot Jawohl